Oh. Ja. Also. Ja, ein Zombie kann ein Eisen droppen. Was heißt, ich kann durch eine Zombie an ein Eisen rankommen. Aber auch wirklich nur eins, und das ist dann seltener Drop. Also wird es sehr unhäufig passieren. Aber es ist möglich. Die behalte ich wirklich, die Glück. Ist gut. Glück ist das, was ich immer brauche. Ja, da ich eigentlich erst einen Chiselweiler bauen will. Also einen Boden bauen will, und den ganzen letzten Westen auch. So, Chisel, 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 Chisel. Also. Das ist erstmal Holzfarm. Da sie halt wieder tag ist, und kannst eine Gegner mehr rumrühren. Und ohne Gegner, ohne Zombies. Komme ich an meinen Rare Dwarf nicht ran. Der Rare Dwarf, der sich auf ein Eisen da schränkt, so. Also das Heckzeug ist theoretisch wertvoller, weil es mehr als ein Eisenbahn ist. Obwohl, warte mal, ich weiß nicht, ob ich bislang nur noch die ganz speziellen kommen, oder? Die ja nochmal special sind, special Sachen können. Jetzt was für alle Feuerbillen beschießen. Hm, naja. Das ist immer so gemein, wie ich halt merke, und ich tue immer weh. Los, Eichenholz. Stirb. Game over, Eichenholz. Eichenholz. Wuh. Okay. Ich mach mal die Reihe weg. Ich mach die Bäume mal ein bisschen weiter so weg. Die dürfen, glaube ich, nicht direkt da dran stehen. Ansonsten, wenn es direkt in dem steht, erkennert er das ja auch dazu. Reiner mit. Composting. Sagen wir jetzt ja, war nicht mehr. O.' Aber Das war ja, war nicht mehr. Ich mach die Bäume mal ein bisschen weiter. Wuh. Okay, damit wäre das schon mal weg. Ich habe zwei Dirt bekommen. Die machen immer zehn, das ist ja auch. Die machen immer mit einem Komma-Wert. Rote Erde, gelbe Erde, grüne Erde. Ja gut, mit gelb gemischt, theoretisch. Ich finde das witzig, dass ich das so weiter so läuft. Und weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier sind neun und jetzt zehn. Gut, ich muss mal gucken, wenn ich die richtige Größe habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt war immer schon ja toll zu rollen. Oh, das wird ein bisschen doof. Ja, Holz. Mein Holz. Ich muss dafür sorgen, dass ich immer viel Holz vor Hütter habe. oder viele Setzlinge. Auch wenn da jetzt irgendwie einer rauskam. Da waren zumindest drei drin. Oh. Bisschen hoch. Ging so weit ist es komplett weg. Und das wurde dunkel, also werden dahinten wahrscheinlich das Gegner auf mich warten. Und neue Bäume. Weil die ja wirklich dauer wachsen. Nach mal wachsen die irgendwie innerhalb von einer Minute, nachdem du sie gesetzt hast. Oder sogar noch schneller. Mach mal damals ganz, ganz lange. Ja. Der hätte eigentlich was Schönes geben können, aber hat ihn ja runtergekickt. Und das dann sagt man ja. Explosionsschutz sogar. Cool. Ja, genau. Wenn ich jetzt nur dich pullen könnte und die anderen nicht. Hauptsache ist, wenn es bei dir bleibt. Okay, fix dich. Ja, wo hättest du denn gekommen? Deswegen hat es da geleuchtet, weil dieser Leid mal darauf das hier geht. Geil. Ich weiß, wo viel mehr für viele andere Sachen, aber... Was immer nur Worts erzählst, darum, dass ich was habe. Was nur über diese Viecher in Skybox reinzuholen ist. Naja, gut, nicht ganz. Ah, hier haben wir noch nicht nur drei davon. Die können wir jetzt nicht in den anlegen sind. Ich weiß, ich weiß genug weg, wie man gesehen hat, da ich ja keinen Schaden haben. Aber gut, wenn man sogar einen Boom macht. Wenn man so keinen What the fuck Boom macht, dann seine Sache. Mit dem Städte Soundpack davon Specs macht er das ja sogar. Ja. Für was brauche ich jetzt? Das war gut, dass ich es habe. Da gibt es ja normale Graphdings. Die Area-Dinger, die ich sowieso nicht bauen. Die würde mich ziemlich los. Äh, ja. Okay. Okay. Haufen Seiten. Oh, die wollte gerade... Oder... Let's... Don't fuck it. Whitstone betränken. Ja. Okay. Okay. Oh. Haha. Komm. Komm. й点ч гu. Tschüss. Töуг, elsewhere. gg, rundt. Puh. Puh. Töуг. Puh. V representatio. Töung, wo? I coun limite came 5 von... Die sind 4 von Keem. wenn ich mal endlosen also ein bogen mit der einverzauberung der mann endlos teile hat hätte dort kriegen könnte wäre das ziemlich praktisch da war was kann man nicht ja hab ich keinen bogen bekommen es geht um na 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 nur so du hast warte haben wir gleich zwei schwer dächtchen der hatten waren ab und ich krieg schwäche wenn ich ihn schlage das kommt wohl alles von ihm das ist ja nicht so schlimm aber hier genau das mit dem wohnen ab wie groß von ab und mann mache denken oder bei stu abgesteint wir machen die irgendwie mehrmals einmal wieder ausstehen wird er trotzdem noch anabsteht sind wir schon welche untergekommen warte mal neun fäden sind neun von 1 darf und davon bricht zwei und so etwas zu bauen ja gut bringt so nichts ich wollte ja nicht runterkicken aber stand ja einfach so nah am rand das ist einfach verdammt egal in welche richtung ok und ende